Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 20. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1085. Und heute habe ich für euch die folgenden Themen bereits. Oppo, Hörbücher, WhatsApp, Chromecast, Bewertungsbetrug und Piehole. Ich starte gleich mal mit Oppo. Und die haben ja, ich muss anders anfangen, schon mehrfach davon gesprochen, der Mutterkonzern von Oppo BKE hat ja verschiedene Unterfirmen, unter anderem Realme, Oppo und eben OnePlus. Und OnePlus wurde ja aus Oppo heraus gegründet und ist jetzt anscheinend wieder zurückgekommen. Was heisst anscheinend, wir haben ja schon berichtet darüber. Durch die Zusammenlegung ist jetzt das Ganze so weit gekommen, das natürlich auch an Arbeitsplätzen eingespart wird. Wie viel das sind? Circa 20 Prozent der Mitarbeiter dürfen im Bereich Software und Hardware einen neuen Arbeitsplatz suchen. Das liegt vor allem daran, weil man eben bestimmte Bereiche wie die Forschung und die Expansion etc. zusammengelegt hat und somit dann eben Arbeitsplätze einsperren kann. Da bleibt zu hoffen, dass Oppo weiterhin stark wächst und man die Mitarbeiter bald wieder einstellen kann. Zumindest die Expansion in Indien, Südostasien und Europa möchte man ja ganz stark vorantreiben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Vor allem, da man ja auch aus dem heimischen Land Xiaomi zum Beispiel als sehr starken Gegner hat, was das anbelangt. Bei Apple Music sind aus dem Streaming-Angebot die Hörbücher oder einige Hörbücher herausgefallen. Ist das bei euch auch der Fall? Habt ihr sowas beobachten können? Ich habe nur davon gelesen. Selber haben wir aktuell kein Apple Music und somit kann ich das nicht nachempfinden. Wenn dem so ist, das liegt daran, weil Apple gewisse Hörbücher-Verlage aus Deutschland ausgegliedert hat, nicht mehr mit reinnimmt. Apple selber verweist dabei auf die Möglichkeit, die einzelnen Hörbücher kaufen zu können. Die Hörbücher-Verlage äussern sich nicht wirklich in die Richtung dazu. Weiter geht's mit WhatsApp und wer da mit Sprachnachrichten Mühen hat, also generell kein Fan von eben sowas ist, der sollte sich vielleicht schon freuen auf ein kommendes Update. Aktuell experimentiert WhatsApp mit der Sprachnachricht-Transkription. Und nee, ja, WhatsApp kann ja nicht mitlesen, sagen Sie bei euren Chats. Dafür nutzen Sie eine Möglichkeit, die Apple bietet, die Übersetzung oder das Transkribieren. Die Texte gehen somit eben in Richtung Apple, werden übersetzt und bleiben dann auch in der App drin, lokal auf dem Gerät und nicht in WhatsApp generell. Und somit habt ihr dann anstelle von eben dem Audio, was ihr wiedergeben könnt, eine Transkription davon. Nützt nicht viel, wenn der liebe Herr oder die liebe Dame, die mit euch kommuniziert, in Schweizerdeutsch spricht. Aber vielleicht funktioniert es ja in Hochdeutsch. Wir werden es mal sehen, wenn es dann soweit kommt. Wie man das Ganze unter Google lösen will, ist aktuell noch nicht klar. Und ob das Feature überhaupt rauskommen wird, ist auch noch nicht klar. Aber ich glaube, in die Richtung wird es da sicherlich noch etwas geben. Google möchte, und das gleich vorneweg, aktuell nur in Amerika, sein Google Chromecast und den Chromecast Google TV um kostenlose TV-Senderbereichen. In Amerika hat man ja ein bisschen eine andere TV-Landschaft, als wir das hier haben. Und somit könnte sein, dass das auch eben ein amerikanisches Ding bleiben wird. Wenn nicht, dürfen sich Nutzer bald darauf freuen, eben nicht nur Streaming-Inhalte darüber zu konsumieren, sondern auch den ein oder anderen TV-Sender. Bei Amazon hat man insgesamt 600 chinesische Marken und 3000 verschiedene Verkäuferkonten dauerhaft gesperrt. Das hat Amazon verlauten lassen. Darunter fallen Firmen wie Ravpower, Tektronix, Kogay und so weiter und so fort. Liste, also mehrere Namen dazu, könnt ihr noch nachlesen auf tele.tiktok.ch oder im Podcast, euer Vertrauens, ist da ein Link mit verbaut. Warum hat man das gemacht? Weil die Anbieter eben Schindlode getrieben haben mit Bewertungen. Ich kenne diese Mails zu Genüge. Ich schicke dir ein Gadget und du schreibst dafür eine Bewertung, eine positive natürlich, egal wie das Gerät ist. Und solche Geschichten unterstütze ich überhaupt nicht und bin natürlich da auch happy damit, wenn Amazon solche aus dem Verkehr zieht. Ich muss aber auch bedenken, Amazon hat doch ein eigenes Bewertungsportal oder System, wo Hersteller vor dem Launch eines neuen Produkts, Anzahl Produkte, mal Betrag an Amazon schicken können. Die geben es dann an ihre positiv aufgefallenen Bewerter weiter, bekommen dafür das Gadget und ein bisschen Geld und manchmal auch nur das Gadget und müssen dann eine Bewertung schreiben. Auch da natürlich, umso positiver es ausfällt, umso mehr, muss ich nicht darüber reden, zwiegespalten das Ganze. Aber ja, Amazon. Und zu guter Letzt für alle, die Piehole nutzen, es ist nun die Version 5.9 draussen. Vor allem der Bereich des DNS-Servers, also der Code dahinter, wie man die ganzen Umwandlungen vornimmt etc. wurden optimiert und verbessert und das soll dem Ganzen einen Performance-Schub geben. Wer also ein Piehole installiert und vor allem in aktiver Nutzung hat, sollte sich das Update mal einspielen. Auf jeden Fall eine Überlegung wert, wer sowas nicht hat, unbedingt mal sich schlau machen dazu. Das waren die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Wochenstart und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!